Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und auf das Dell XPS 13 habe ich eine gefühlte Ewigkeit gewartet. Die Nachfrage von Journalisten nach diesem Gerät ist enorm und es war bis vor kurzem kaum zu bekommen. Knapp vor dem Windows 10 Launch kam dann die erlösende Mail. Ein Testgerät wird uns zur Verfügung gestellt. Die Erwartungen an dieses Gerät waren dementsprechend hoch. Immerhin hat Dell mit der Präsentation des XPS 13 den Notebook-Markt im Jahr 2015 wieder spannend gemacht. Das Dell XPS 13 fällt weder farblich noch durch seine Form auf und das hat es gar nicht nötig. Sein Markenzeichen ist der ultradünne Rand rund um das Display, der oben und an der Seite weniger als einen halben Zentimeter misst. Darunter ziert das Dell-Logo die Mitte des Glases, rechts in der Höhe der Escape-Taste befindet sich die Kamera. Das Display wird außen von einem schwarzen Rahmen aus Polycarbonat fixiert. Die Rück- und Unterseiten sind von einer dünnen Platte aus silbergrauem Aluminium bedeckt. Die Tastatur und das Touchpad sind matt-schwarz, jedoch nicht die Gehäuseoberseite. Diese ist in einer Art Textur mit Kevlar-Optik gehüllt, welche aufgrund ihrer matten Oberseite an eine Folie erinnert. Auf diese hätte man gut und gerne verzichten können. Das matte schwarz von Tastatur und Touchpad wäre genug gewesen. Insgesamt kann man aber das Design des XPS 13 nur als gelungen bezeichnen. Allein aufgrund des minimalen Randes rund um das Display, wodurch das Gerät kaum größer ist als ein herkömmliches 11,6 Zoll Notebook. Den Fehlgriff mit der Kevlar-Optik, der nichts weiter als Inhormogenität in ein ansonsten schönes Design bringt, kann man auch verzeihen. Von Dell ist man in Sachen Verarbeitung kaum Schlechtes gewöhnt. Und es wäre völlig unverständlich, wenn es beim aktuellen Flaggschiff anders wäre. So ist es glücklicherweise nicht, denn verarbeitungstechnisch ist dem Gerät absolut nichts vorzuwerfen. Selbst dort, wo Polycarbonatgehäuse und Aluminiumunterseite zusammenkommen, ist nicht mal ein 1 mm dünner Spalt zu ertasten. Das einzig störende Detail, welches ich persönlich gerne mal als Qualitätsmerkmal für Notebooks bezeichne, ist beim Dell XPS 13, dass der Boden des Notebooks beim Aufklappen des Displays mitgezogen wird und man ihn daher mit der anderen Hand festhalten muss. Bei diesem Modell mit Touchscreen ist das wohl aber ein Kompromiss, den man eingehen muss, damit das Display beim Berühren stabil bleibt. Was es ja auch tut. Nachdem ich vorher diese Randlosigkeit des Displays genug gelobt habe, geht es hier um die Qualität des Panels. Unser Testgerät besaß ein Touchdisplay mit einer Auflösung von 3200 x 1800 Pixeln, was einer Pixeldichte von 276 ppi entspricht. Die Schärfe des Displays ist unglaublich gut, einzelne Pixeln sucht man vergeblich. Dafür müsste man schon näher als 5 cm ran an das Panel, was eher ein unübliches Nutzungsszenario ist für ein Notebook. Die Farben wirken sehr realitätsgetreu, sind schön satt und auch bei Kontrasten leistet das Display ganze Arbeit. Die Blickwinkel sind hervorragend, auch die Helligkeit ist sehr gut. Allerdings ist das Display stark spiegelnd. Im direkten Sonnenlicht ist es zwar gerade noch bedienbar, eine große Freude hat man dabei aber nicht. Es gibt jedoch eine günstigere Variante mit Full-HD-Display, welche wir im Zuge eines Microsoft-Events gesehen haben. Diese besitzt zwar keinen Touchscreen, dafür aber ein mattes Display, worunter überraschenderweise nicht die Farbdarstellung leidet. Vielmehr wirkt der Displayinhalt wie auf Papier gedruckt und ist selbst im direkten Sonnenlicht problemlos erkennbar. Wie auch HP, Asus oder Lenovo setzt Dell beim Sound auf einen hochkarätigen Partner, nämlich Waves, das seine Audioverbesserungstools auch beim XPS 13 zur Verfügung stellt. Diese lassen sich in der Dell Audio App, welche stets im Systemtrade zu finden ist, ein- und ausschalten, womit sich durchaus ein Unterschied bemerkbar macht. Im Grunde handelt es sich dabei um einen besseren Equalizer. Die Sound-Hardware selbst ist für ein 13-Zoll-Notebook sehr gut, was man sich bei einem High-End-Gerät aber durchaus erwarten darf. Der Sound über die Lautsprecher ist selbst bei hoher Lautstärke klar und das kleine Notebook schafft es durchaus, ein größeres Zimmer auszufüllen. Ausgestattet mit einem Intel Core i7-Prozessor muss man sich beim XPS 13 bei den meisten Aufgaben keine Sorgen über Performance machen. Photoshop oder Premiere Pro sind problemlos ausführbar und solange man nur Full-HD-Video bearbeitet, braucht man sich auch kaum zu gedulden. Die aktuellsten Spiele wie GTA 5 oder Dying Light werden auf dem XPS 13 nur bei niedrigen Einstellungen laufen, sind aber durchaus spielbar bei HD-Auflösung. Ältere Spiele bereiten dem Ultrabook keine Probleme. Beispielsweise läuft Mafia 2 problemlos bei höchsten Einstellungen, natürlich nicht auf der nativen Auflösung des Displays, sondern lediglich in Full-HD. Bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit verspricht Dell auf seiner offiziellen Website. Wirft man aber nur einen kurzen Blick auf die Spezifikation, weiß man, dass dieser Wert eher unrealistisch ist. Bei durchschnittlicher Nutzung mit leichtem Internet-Surfen kommt man bei mittlerer Helligkeit auf maximal 8 Stunden, wenn man vorher den Energiesparplan optimiert. Passive Kühlung reicht für die einfachsten Aufgaben in der Regel problemlos aus. Ansonsten kommt man etwa auf 5-6 Stunden, da sich das Notebook erhitzt und die Lüfter aktiviert werden. Mehrere Male wurde das Notebook auf dem Schreibtisch liegend sehr heiß, sodass sich die Unterseite unangenehm stark erhitzt. Normalerweise macht die Hitzeentwicklung aber keine Probleme. Selbst bei aufwendigen Spielen wurde das Gerät nur mäßig heiß. Das Dell XPS 13 ist das beste Notebook, das ich je getestet habe. Und meiner Erfahrung nach auch das beste auf dem Markt. Es sieht hervorragend aus, ist klein und dadurch leicht zu transportieren. Es passt sogar in die Hülle des 12 Zoll kleinen Surface Pro 3. Die Performance reicht für sämtliche Arbeiten aus, die man unterwegs erledigt haben will. Und gleichzeitig genügt die Akkulaufzeit für den alltäglichen Gebrauch. Sofern natürlich Geld keine Rolle spielt, kann man jedem den Kauf eines Dell XPS 13 anraten. Unabhängig davon, ob man Schüler, Student, Redakteur oder Entwickler ist. Es ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt das perfekte 13 Zoll Notebook. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wann die anderen Hersteller nachziehen werden.